Heute Morgen, schön warm wieder. Leichte Ballübungen. Der Bremse gibt Anweisungen. Alles gut, wunderbar. Besser auf Dings. Jani ist noch nicht dabei, glaube ich. Und unser Bergkreider Türke auch nicht. Die werden wohl heute Morgen kommen oder irgendwas. Wollen wir mal gucken. Die haben ja noch ein Spiel mit U21 gehabt. Normalerweise sind das Übungen, die kann ich auch mitmachen, wenn ich meine Hüfte machen lasse. Aber wir wollen das nicht alles veralbern oder schlecht reden. Sie fangen langsam an und hier ist der Feierabend und dann wollen wir mal sehen, was hier nachher läuft. Ich freue mich schon auf diesen Konkurrenzkampf zwischen Fernandes und Polar B. Ich glaube nicht mal gespannt drauf. Das wäre für mich sehr interessant. Aber ich nehme an, dass der Verein in der App gibt, wenn er einigermaßen ein Angebot kriegt, irgendwo ist er weg. Sucht das dazu. Sucht Peter Möte sich ja noch wieder. Das ist ja sehr langweilig hier. Das kannst du überall sehen in der Bundesliga-Passübung. Wenn sie das noch nicht können, dann sollen sie dann lieber das Fußball aufgeben. Sucht nur der HSV Jungs. Ihr wisst ja, bei dem Wetter macht nicht so viel. Trinkt man auch irgendetwas mit dem Wasser. Am besten noch ein Bier oder ein Altsalwasser. Alles klar. Und der HSV auch. Ich melde mich nicht hin oder wieder. Alles gut. Es geht weiter. Einen Einfach. Wir sehen uns. Vielen Dank.